Deshalb habe ich dieses Sakko angezogen, weil ich gehofft habe, dass die Schmetterlinge auf mich drauf zufliegen. Ich dachte, er ist ein Clown. Ich wollte sagen, sie hat alle Chancen, mein Pretty Woman zu werden. Odessa in der Ukraine. Hier liegt Liebe in der Luft. Mögliche Gründe, der eklatante Frauenüberschuss und die frische Meeresbrise. Die regen auch Walter aus Berlin zu neuen Taten an. Obwohl die Eindrücke mit der Elena sehr nachhaltig waren, habe ich noch ein weiteres Date gemacht, getreu dem alten Spruch. Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich nicht noch was Besseres findet. Und Romantiker Walter hat dafür natürlich etwas ganz Besonderes vorbereitet. Hallo, Privet. Privet, Walter. Is this Butterfly Farm? Ah, spasiva. Ja, Schmetterlinge im Bauch sind das Zeichen, verliebt zu sein. Und deshalb habe ich gedacht, ja, Schmetterlingsfarm, das ist ja das Beste überhaupt für ein erstes Date. Das ist nur noch die Frau kommen, dann verliebe ich mich und dann ist alles okay. Das könnte bei diesem Anblick durchaus klappen. Irina aus Odessa steht auf Highheels und Handtaschen. Eigentlich ganz passend für Modefreund Walter. Drücken wir die Daumen. Die Irina hat mir auf den ersten Anhieb sehr gut gefallen. Und das ist das Schöne an den ukrainischen Frauen. Du schaust die an und ich verstehe ja nun was von Mode und auch von Damenmode. Von Kopf bis Fuß. Top angezogen, obwohl die wesentlich weniger verdienen als unsere Frauen. Diese Schmetterlinge und dieses gelbe Jackett, das ist genau das Richtige für den Zirkus. Nicht gerade ein Kompliment. Jetzt müssen wohl Walters innere Werte punkten. I choose a special place and I dress with butterflies. Oh, очень красиво. Very nice. Also auf ins Schmetterlingshaus. Äh, Zelt. Oh, wie schön. Wow. Wunderschöne. Pтицы, смотри. Oh, schau mal hier. Oh, они живые. Wow. Da waren ja auch ein paar tolle Vögel dabei. Die sind da rumgeflogen. Und ich hab da ein paar Tricks. Da hab ich so gemerkt. Und ich weiß, dass Vögel, ich kann das schon ganz gut, dass die drauf reagieren. Ich war sehr nahe dran. Jetzt müsste Walter nur noch Irina näher kommen. Schmetterlinge fliegen ja auf Blumen. Und die sehen also den Walter wie eine riesengroße gelbe Blume. Die sehen das als gelb. Ja, und das hatte alles, ja, das hatte alles einen tieferen Sinn und einen Hintergrund. Deshalb hab ich dieses Sakko angezogen, weil ich gehofft habe, dass die Schmetterlinge auf mich drauf zufliegen. Ich dachte, er ist ein Clown. Hätte sie doch sehen können, oh, der Walter ist aber originell, der hat Ideen im Kopf, der bemüht sich hier wenigstens, dass die Schmetterlinge und die Vögel auf ihn zufliegen. Aber leider hat sie auch darauf nicht so gut reagiert. Ich verstehe nicht, was du mir sagst, weil mein Russisch ist nicht so gut. Oh, ich sage dir, bye-bye. Vielleicht sehen Sie, vielleicht nicht. Ich muss gehen. Würdest du mit mir mal dringen? Ich gehe, ich gehe, ich sage dir, bye-bye. Danke, danke, mir war's gut. Ja, okay, bye-bye. Danke, bye. Danke. Ciao. Ciao. Sie hätte auch sagen können, nein, Walter, ich will lieber ein bisschen spazieren gehen oder lass uns doch runter ans Meer gehen, aber es war ein absolutes Nein, ja, nicht ein eventuelles Nein. Und damit habe ich gemerkt, jetzt ist der Vorhang zu, Schluss, aus, Klappe zu, Affe tot. Auch Wahlberliner Walter ist auf dem Weg zu seinem nächsten Date. Mit Ukrainerin Viktoria hat er sich am Boulevard verabredet. Problem, er findet sie nicht. Ich hatte ja von der Viktoria nur ein Foto aus dem Internet und da sehen die Frauen immer ein bisschen anders aus als in der Realität. Und mir ist es auch schon passiert, dass sie plötzlich eine andere Haarfarbe haben. Und jetzt habe ich, ich habe zu ihr gesagt, warte bitte auf den Stufen von der Säule und da stand keine Frau, die aussah wie die Viktoria. Hier hat Walter wohl ausnahmsweise mal nicht den perfekten Ort für ein Treffen gewählt. Ich habe gedacht, ja, ist die jetzt nicht da oder ist die nicht gekommen oder bin ich ein bisschen unruhig geworden? Und dann auf einmal habe ich eine gesehen, ja, immerhin hat es ja fast die Sprache verschlagen. Endlich gefunden. Viktoria. 40 Jahre jung und Fitnesstrainerin von Beruf. Um weiter ist es geschehen. Also ich habe dieses Hello Viktoria kaum mehr rausgebracht, weil die hatte ja so wunderschöne buschige Haare und hatte so ein tolles Kleid an. Also das sind die Momente, wo sie zweimal hier machen und richtig schlucken. It was not easy to find you because there are so many beautiful girls. I'm sorry. But you are the most beautiful one. You look wonderful. Thank you. I'm sorry that I let you wait. Yeah. But now I have a nice surprise for you. Maybe you would like to do with me around in the carriage. Yeah. Okay. Okay. Would you like it? Would you like it? Okay. Can I give you my arm? You can help me know my name. Also Sie müssen wissen, ich habe dünne Haare und ich föhne die mit der Rundbürste so hin, damit sie ein bisschen buschig sind. Und ich liebe von klein auf Leute mit buschigen Haaren. And this looks beautiful and also your curls. It's amazing for me. Thank you. Und wenn sie den Kopf gedreht hatte, sie wusste schon, wie sie da wirkt, dann hat sie immer, die Haare immer so, die haben dann immer so, haben sich über die Schulter geworfen und so. Walter ist also hin und weg. Von Viktoria mit den buschigen Haaren. Darauf sollte man anstoßen. Und ein Schlückchen Sekt macht ja bekanntlich etwas lockerer. Mmh. Krim-Sekt. Krim-Sekt. Yes. Oh, Champanski von Krim. Yes. Very good. Oh. Mmh. Mmh. Okay. Nostravia. In dem Moment, wo sie unsere Hände so Hand in Hand waren, ist Energie übertragen worden. Und ich hab ihre Energie gespürt. Na, das fängt ja gut an. Oh, look. Girl in window. Look, 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 look. Small princess. Oh, beautiful. And I have a lot of sympathy for you. Yes. And what about you for me? Sympathy. You have sympathy? Yes. Yeah? Yes. Spasiva. Ich hab gemerkt, dass diese Frau mich anzieht. Ich hab auch gemerkt, dass sie mich anziehend findet. Das ist so, wenn sie zwei Magnete zusammentun, die können sie nie übereinander legen. Die stoßen sich immer so ein bisschen ab und dann ziehen sie sich wieder an. Und das genau war bei uns der Fall. Das ist da in dieser Kutsche passiert. Wissen Sie? Abend in Odessa. In Walters Apartment soll es heute zur Sache gehen. Er hat Viktoria sein Date vom Nachmittag eingeladen. Samt Übersetzerin. Die Viktoria ist eine sehr graziöse Frau. Sie hat Charme. Sie hat Augen, mit denen sie sprechen kann. Und deshalb hab ich gesagt, du musst es jetzt weiterentwickeln. Du musst eine Dolmetscherin holen, damit man hier richtig loslegen kann und den anderen richtig von oben bis unten durch und durch kennenlernen kann, um zu sehen, was ist das für ein Typ Mensch. Ich war kaum fertig. Bling. Klingelt es bei mir eigentlich. Ding, dong. Macht die Klingel. Und dann waren die schon da. Und auf einmal waren die noch hübscher wie vorher. Ich habe gedacht, da kommt die hübschere Schwester von der Viktoria. Also da war wieder. Und hier sind sie. Viktoria und Übersetzerin Svetlana. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Danke für deine Bescheid. Hallo wieder. Hallo. Bitte komm zu meinem Apartment. Okay. Ich gehe erst. Ja? Willkommen zu meinem Haus. Oh, schön. Ja? Ja? Bitte. Wie die dieses wunderschöne Wohnzimmer gesehen haben, ja? Wo der Tisch schon hergerichtet war und alles. Und dann war alles andere auf einmal vergessen, ja? Sie hatten ja dann Schwellenangst, zu mir zu kommen. Und auf einmal haben die sich sowohl gefühlt und dann gingen denen ihre Herzkanzgefäße auf. Ja, einen schönen Abend. Ja. Doch die Damen sind keineswegs allein mit Walter. Die Schaufensterpuppe stiftet Verwirrung. Ja, und dann bin ich in Erklärungsnot gekommen, weil ich wollte ja nicht, dass die Frauen denken, ich treib's mit der Puppe. Ja. Ach so, Sie meinen das hier? Ja. Ah, ja. Ja, genau das. Ich bin nach Odessa gekommen, um mein Pretty Woman zu finden. Und das ist das Original-Kostüm von Julia Roberts aus dem Film Pretty Woman. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich eine Frau finde, der dieses Kleid passt und die es gerne für mich tragen würde. Das wichtigste ist der Wunsch und die Gelegenheit kommt danach. Ja. Wenn das Kleid im Schrank hängt, dann strahlt es ja nicht, dann hat es keine Aura. Und ein Kleid hat eben nur eine Aura, wenn du es an der Puppe siehst oder noch besser an der Frau, zu der es passt. Aber die habe ich ja noch nicht gefunden, aber ich stehe kurz davor. Ich wollte sagen, sie hat alle Chancen, mein Pretty Woman zu werden. Dann wäre das ja geklärt. Jetzt weiter zum nächsten Programmpunkt. Welche Hand möchte sie? Bitte. Nein. Ich bin Linkshänder. Ich bin Linkshänder. Der haut seinen Schuss aus der Birne. Der sagt die linke Hand. Also ich glaube, es war wie abgesprochen, aber es war ja total spontan. Für ihre wunderschönen Haare. Ui. Schön. Aber hier fehlt auch etwas. Das Schöne daran war ja, dass sie gleich ihre Haare hochgenommen hat und gesagt hat, Walter, würdest du mir bitte die Kette anstecken? Und als ich die Kette so um ihren Hals gelegt habe, habe ich sie da hinten auch ein bisschen streicheln können und so. Und da hat man schon gemerkt, die kriegt jetzt Gänsehaut, ja. Also ich glaube, es ist lange, lange her, dass ihrem Mann eine Kette angelegt hat, die sie geschenkt bekommt, ja. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl.